Musik Boah, Koffer gepackt, bald geht's los ins Zeltlager, ich hab richtig Bock. Elli, du weißt aber schon, dass das Zeltlager dies ja wegen Corona ausfallen muss. Ach, Kacke, das hab ich total vergessen. Naja, dann geh ich halt im Garten, wenn es ein bisschen Zeltlager gibt. Was ist das denn? Oh, jetzt muss ich auf Holz fahren. Ist ja gar kein Zeltlager, so eine Scheiße aber auch. Dann muss ich wohl selber ein Lagerfeuer machen. Ja gut. Hä Leute, heute ist das Zeltlager abwarten, oder nicht? Siehst du's nicht? Corona hat uns auf dem Strichdurchregelung gemacht. Musik Boah, endlich ist es so weit. Ja, ich konnte gar nicht schlafen, Leute, nach. Endlich ein Zeltlager. Endlich, hab ich so gefreut. So, wollen wir jetzt irgendwann eben durchfeln? Ja, lassen wir ihn machen. Okay, ich fang an. Ja. Eins, zwei. Hallo, Leute. Hallo, wo seid ihr? Ach, Scheiße. Ist ja Corona. Oh Mann. Nein, nicht. Nein, nicht. Wir müssen wohl nach Hause fahren, glaube ich. Aber dafür machen wir jetzt nochmal die Mucke so richtig raus. Ja, dann hört uns doch nochmal jeder hier. Fürs nächste Jahr. Genau. Boah, jetzt fahren wir mit Fahrrad in Sommerring. Aber wie weit ist das eigentlich noch ein bisschen nach Dinklage? Henry, der Dagger fällt aus. Wir müssen nicht nach Dinklage fahren. Wir müssen nach Dinklage fahren. Haben die alle gar keinen Hunger oder wo bleiben die? Hä? Hast du das ja nicht mitbekommen? Feltlager fällt auch aus wegen Corona. Ja, stimmt. Na ja, fahrt. Ja, nur für ein Eis zu für uns. Egal. Wo bleiben die denn alle? Wir haben doch gesagt, die 20 Uhr ist Lagerfeuerwunde. Eigentlich wollen wir das, wenn es Tag ist, haben wir es grün. Ja, aber fällt Lager vielleicht aus wegen Corona? Oh Mist, das habe ich ja kaum noch vergessen. Na ja, dann bleibt die Kinder das in der Hand und warten. Moin Leute, wie ihr seht, können wir es auch noch nicht wirklich fassen. Aber es ist leider wahr. Unser Mess in der Zeitlager dieses Jahr muss leider ausfallen. Das ist natürlich für uns alle mega schade. Aber wir werden gut beobachten, was wann wie möglich ist. Und wenn was geht, starten wir mit euch die ein oder andere Aktion in den Ferien. Sobald es diesbezüglich Konkretes gibt, informieren wir euch sofort. Aber zunächst müssen wir wohl erstmal abwarten und können nichts tun. Halt, stopp! Eine Sache geht schon wieder. Nämlich das Mess-Dean. Zwar nicht so, wie es vor Corona war. Aber was ist schon so, wie vor Corona? Aber zu zweit könnt ihr Mess-Dean, wenn ihr das zu dieser Zeit dann mögt. Leuchter zum Evangelium halten und Schellen im Hochgebet. Das geht beides mit Sicherheitsabstand. Wenn ihr das machen möchtet, sucht euch einen festen Kollegen oder eine feste Kollegin. Vielleicht euren Bruder oder eure Schwester. Oder einen Freund, mit dem ihr euch aktuell eh regelmäßig trefft. Oder eben so eine Freundin. Meldt die beiden Namen an mich, an schumacher-süd.de Süd mit U-E und dann kann das zumindest schon wieder losgehen. Hey, nehmen, was wir kriegen können. Also, wir bleiben in Kontakt. Bleibt gesund und munter, eure Messina Leiterbunde.